Habt ihr Equalizer 3 gesehen? Jetzt erkläre ich euch mal, was das Problem ist. Und zwar in relativ kurzer Zeit, in etwa zwei Minuten. Vielleicht auch drei oder auch vier. Ich bin ja nicht der Denzel. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Denzel Washington im ersten Teil. Göttlich. Wie er einen Raum owned, um jetzt ein deutsches Wort zu benutzen. Meistens ist er irgendeiner Bösewicht in dem Raum. Denzel ist schon moralisch auf der richtigen Seite. Er betritt den Raum, sagt dem anderen, du schleicht die, weil sonst mache ich euch alle platt. Und zwar ungefähr in dieser Reihenfolge. Und du siehst schon, wie er diesen Raum taxiert. Da liegt das rum, da liegt das rum, zack, zack, zack. Und ja, er metzelt dann alle mit allen möglichen Gegenständen. Ich weiß gar nicht, ob er ihn mit seiner Kaffeetasse umbringt. Aber ich glaube, das war eher Riddix-Spezialität. Also er metzelt die zugrunde und schee ist. Also nicht wirklich schee, aber es ist gut. Teil 2, da reden wir jetzt einfach nicht drüber. Teil 3, der fängt schon gar nicht so schön an. In Teil 1 werden die Figuren eigentlich relativ wunderbar in Szene gesetzt. Also auch optisch, vom Licht und so weiter. Auch den Ticks mit Denzels Uhr und so weiter. Also mit dem Timing, er hat einen Timing-Tick. Wunderbar. Im zweiten Teil, der Mafiosi fährt mit seinem Sohn da entlang. Und er kommt an dem Gehöft an. Leichenpflastern seinen Weg. Das kann ja bloß der Denzel gewesen sein, denkst du. Aber 3 haben überlebt. Und er erwartet ihn ja schon. Also der Denzel, den Mafiosi natürlich, selbstverständlich. Und der hockt dann da, links und rechts, zwei Waffen mit so Knarren an seinem Kopf. Und das Haarlicht von hinten schmeichelt. Denzels, Antlitz. Wie auch immer, denkst du schon, das ist aber jetzt komisch. Der hat aber ziemlich viel da niedergemetzelt. Also im Prinzip eine ganze Brigade. Aber die zwei haben überlebt. Das ist Absicht. Und dann der Mafiosi so, sag einmal, bist du blöd oder was willst du hier? Und der Denzel, sag einmal, bist du blöd? Du hast jetzt 9 Sekunden. Ich will was von dir. Weil der Kerl, der ist so nah, steht an mir dran. Den benutze ich jetzt, um den anderen abzudachteln. Und dann sagt der Mafiosi, ja, äh? Und dann sagt der Denzel, okay, das ist jetzt blöd. Also ist jetzt vorbei. Schnappt sich quasi die Waffe und erschießt mit dem einen den anderen. Und nachher sind sie alle tot. Und ich denk mal, Moment. Wie blöd war jetzt das? Erstens mal. Der Kerl steht wirklich so nah bei einem. So nah, dass mir, wo ich den Film vorher noch nicht gesehen hatte, schon irgendwie aufgegangen ist. Also welche Wachausbildung hast denn du gemacht? Also uns haben sie noch erklärt. Da, bei den Grünen. Also beim Bund, meine ich. Egal. Dass man nicht so nah lang, dass der andere deine Waffe greifen kann. Eine ganz dumme Idee. Super Anfängerfehler, aber ja gut. Aber bei den Mafiosi ist es halt ein Problem mit dem Fachkräftemangel. Dann sagt er es ihnen, Arno. Spätestens jetzt wäre der Moment gewesen, wo der Mafiosi sagt, oh, der hat recht, ich gehe einen Schritt zurück. Dann schaut der nämlich ganz blöd. Gut, jetzt sagst du vielleicht, das ist ein Italiener. Vielleicht kann der, war der überhaupt Italiener? Doch, war Italiener. Äh, vielleicht kann der kein Englisch. Wobei die Sprachen da in den Filmen immer ein bisschen durcheinander gehen. Ob der Denzel jetzt gerade wirklich in dieser realen, imaginären Welt. Ja, ich habe jetzt die Worte realen und imaginär zusammengemischt. Ob jetzt der Denzel in welcher Sprache mit ihm geredet hat. Also mit dem Chefmafiosi. Vielleicht hat der andere ihn nicht verstanden. Merke, lerne Sprachen, überlebe. Aber, selbst wenn der es nicht verstanden hat und sich denkt, oh, cool, ich habe eine neue Knarre und die halte ich dem jetzt ans Hirn. Cool. Dann hätte doch der Obermafiosi schalten können. Der hat jetzt hier dieses ganze Gehüfte hingemetzelt. Ich bin der Obermafiosi. Ich habe Erfahrung. An der Front und so. Hätte doch gesagt, du Corrie, schleicht dir mal einen Brecker rüber. Der ist doch nicht blöd, der Denzel. Und du bist ja ein bisschen leer. Du bist ja nicht einmal ein Hilfssheriff hier. Der auch nicht. Der starrt da so an und denkt sich, jetzt warte mal, was passiert. Sagen wir mal, wie ist denn der befördert worden? Das ist Peter Principle at its best. Der wurde wahrscheinlich auch bis zur Schwelle seiner Inkompetenz befördert. Der Mafiosi. Und ich habe es satt, immer diese Deppen in Filmen zu sehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das Schlimme ist, so geht der Film weiter. Scheiße. Servus.